Im zaristischen Russland glaubte man, dass autistische Kinder als besonders religiöse Menschen zur Welt gekommen seien und sich freiwillig für ein Leben jenseits aller Konventionen entschieden hätten. Man nannte sie heilige Narren und vermutete, ihr Verhalten sei eine Verschlüsselung göttlicher Botschaften. Heute liest man, dass Autismus keineswegs eine Krankheit sei. Autisten seien ebenso, sie verfügen über ein alternatives Gehirndesign, eine ungewöhnliche neurologische Verdrahtung, eine spezielle andere Art der Wahrnehmungsverarbeitung, denn keine zwei Gehirne seien gleich und Autismus ein Teil dieser Vielfalt. Wir Kölner, die wir nicht gerade für autistisch zu nennende Charakterzüge bekannt sind, sagen dazu, jede jäges anders. Mark Haddon hat eine Kriminalgeschichte geschrieben, in der die Leiche ein Hund und der Detektiv ein kleiner, autistischer Junge ist. Und über den erfahren wir jetzt etwas mehr. Supergute Tage oder die sonderbare Welt des Christopher Boone. Am nächsten Morgen fuhr der Bus auf dem Weg zur Schule an vier roten Autos vorbei, die hintereinander in einer Reihe standen. Und das hieß, es war ein sehr guter Tag. Mr. Jevins, der Schulpsychologe, hat mich einmal gefragt, warum vier rote Autos in einer Reihe einen sehr guten Tag bedeuteten und drei rote Autos in einer Reihe einen ziemlich guten Tag und fünf rote Autos einen superguten Tag und fünf gelbe Autos in einer Reihe einen schwarzen Tag. Das heißt, einen Tag, an dem ich mit niemandem spreche und ganz allein herumsitze und Bücher lese und das Mittagessen ausfallen lasse und keinerlei Risiko eingehe. Mr. Jevins sagte, ich sei doch eindeutig ein logisch denkender Mensch und deshalb überraschten ihn solche Gedankengänge, weil sie ja nicht besonders logisch seien. Ich erklärte, ich hätte es einfach gern, wenn alles schön geordnet sei. Und eine Methode, alles in Ordnung zu bringen, sei logisches Denken. Allerdings gäbe es auch noch andere Methoden. Und deshalb hätte ich gute Tage und schwarze Tage. Ich sagte, manche Leute, die in einem Büro arbeiten, treten morgens aus dem Haus und sehen die Sonne scheinen und das macht sie dann glücklich. Oder sie sehen, dass es regnet und das macht sie traurig. Aber der einzige Unterschied ist das Wetter. Und wenn sie in einem Büro arbeiten, hat das Wetter ja nicht das geringste damit zu tun, ob sie einen guten oder einen schlechten Tag haben. Wenn Vater morgens aufsteht, zieht er immer seine Hosen vor den Socken an und das ist nicht logisch, aber er macht es eben so, weil er auch gern alles schön geordnet hat. Und immer wenn er eine Treppe hochsteigt, nimmt er zwei Stufen auf einmal, wobei er jedes Mal mit dem rechten Fuß beginnt. Mr. Jevons meinte, ich sei ein sehr kluger Junge. Ich erwiderte, nein, ich bin nicht klug, ich nehme nur alles wahr und das ist nicht klug. Es ist nur aufmerksam. Klug sein heißt, dass man sieht, wie die Dinge sind und den Augenschein dazu nutzt, etwas Neues zu entdecken. Zum Beispiel das expandierende Universum oder wer den Mord begangen hat. Oder wenn man einen Namen sieht und jedem Buchstaben einen Wert von 1 bis 26 zuordnet. A ist gleich 1, B ist gleich 2 etc. und die Zahlen dann im Kopf addiert und merkt, dass eine Primzahl herauskommt. Wie bei Jesus Christus, 151 oder Scooby-Doo, 113 oder Sherlock Holmes, 163 oder Dr. Watson, 167. Mr. Jevons fragte mich, ob es mir ein Gefühl der Sicherheit vermittle, wenn alles schön geordnet sei und ich stimmte zu. Wenn alles schön geordnet sei, wie bei Jesus Christus, 151 oder Scooby-Doo,